Und wir kommen hier noch zu den Wetteraussichten. Morgen zieht von Westen her eine Regenfront durch. Stellenweise besteht dabei Unwettergefahr. Im Norden und Osten kommt am Nachmittag stürmischer Westwind auf. Hier sind sogar Orkanböen möglich. Am Mittwoch beruhigt sich das Wetter. Es ziehen nur noch ein paar Schauer durch. Der Westwind bringt vorerst aber noch kühle Luft. Und am Donnerstag ist es meist trocken, meist sonnig und deutlich wärmer.